Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In einer kalten Märzennacht der Mond so freundlich schien, da hat Junggröschen sich aufgemacht, fuhr mit der Post nach Wien, fuhr mit der Post nach Wien. Im Stefans dumme Knie zieht tief, bei blassen Kärzenschein, ihr war, als ob eine Stimme rief, o Kind, Gedenke mein, o Kind, Gedenke mein. Da zog sie getröstet die Straße entlang, ein Engel schritt neben dir, das erste Vöglein im Frühlingssaal, die Mutter bleibt bei dir, das ganze Leben lang.